Aber hier kann man ja nicht mehr arbeiten. Es ist ja lebensgefährlich. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fishing North Atlantic. Seit der letzten Folge ist nicht nur in der Realität, sondern auch hier im Spiel viel Zeit vergangen. Denn wir haben es mittlerweile April und das ist auch ganz wichtig, denn heute, ihr seht schon, werden wir uns auf die Suche nach Schneekrabben begeben. Und dazu habe ich ein neues Schiff gekauft, nämlich das Schiff Scarlet. Das ist jetzt auch schon voll ausgestattet. Und trotzdem würde ich sagen, gehen wir einmal noch mal schnell in den Hafen. Dann müssen wir einmal schnell hier noch mal anlegen, wenn das hier bei dem Wellengang möglich ist. Das wird also heute ein großes Abenteuer wieder mal, glaube ich. Und ich habe mir sagen lassen, so richtig lohnen soll sich das nicht finanziell. Aber das müssen wir heute mal checken. So, und ich würde sagen, wir schauen uns gerade noch mal schnell an, was man hier machen kann. Man kann also hier Reusen kaufen. Das habe ich jetzt fast voll ausgestattet. Und dann kann man noch einen Köder kaufen. Da ist auch schon alles voll. Ja, und bevor wir jetzt rausfahren, werden wir nochmal schnell unseren, ähm, unser Rumpf hier reparieren. Ansonsten ist hier aber auch schon alles voll ausgestattet. Also vom Seitenruder bis hin zum Radar ist alles mit drin. So, dann legen wir ab. Und ich habe mir auch schon eine Stelle rausgesucht, wo wir dann am besten hinfahren. So, das ist hier unser Ausblick. Ist doch noch mal ein bisschen was anderes als das Schiff, was wir als letztes hatten. Und ich glaube, das ist die erste Folge mit so einem richtig krassen Wellengang. Leco mio. Das, das wird was. Wird großer Spaß beim Einholen der Reusen. Wobei ich denke, dass es bis dahin schon wieder gelaufen ist, das Ganze. So, jetzt müssen wir erstmal hier aus dieser Bucht rausfahren. Das ist gar nicht so simpel. Aber ich glaube, jetzt gleich haben wir den Dreh raus. Immer. Also diese Wellensimulation, das ist schon wirklich unglaublich. Ich weiß, für viele sind Schiffssimulationen jetzt nicht so das Richtige. Aber da Fishing Barren Sea bzw. Fishing North Atlantic jetzt wesentlich mehr bietet als Fishing Barren Sea. Und gerade dieses Schiff hier auch echt nochmal, also das ist echt ein Highlight. Dachte ich mir, das musst du einfach zeigen. Deswegen wird es jetzt noch ein paar Videos davon geben, bis wir uns fast alles durchgeschaut oder angesehen haben. Boah, das ist ja unglaublich. Wie das Schiff hier erst immer, haha, wie das hier rauskommt und wieder reinragt. Und ich meine, wir sind hier noch nicht auf dem offenen Meer, ne? Also das ist hier alles noch Hafengebiet. Das ist ja unüblich, dass es hier so stürmisch ist. Gut. Ich würde aber vorschlagen, wir fahren jetzt mal ein bisschen raus. Weil das wird heute eine aufwendige Prozedur, die auch viel Zeit kosten wird. Und die Crew ist natürlich auch mit am Start. Und ich habe mir überlegt, wir fahren mal hier hin. Ja. Und das Ganze dann auch mal bei Tag. Wir fahren mal hier hin, weil ich glaube, dass es hier gute Fangmöglichkeiten gibt. Und... So. Und... Ah, da ist... Die Wellen sind zwar immer noch da, der Regen auch, aber es ist alles ein bisschen aufgeklart. Und es gibt jedenfalls kein Gewitter. Aber es ist trotzdem... Boah, das ist ja... So. Und hier sehen wir auch auf dem Radar... Hier sind auf jeden Fall Krabben. Das heißt, wir gehen mal... Wir nehmen mal ganz viel Schwung weg. Und dann werde ich mal hier von meinem Platz aufstehen. Und die ersten Erledigungen machen. Äh, ich glaube, ich kann hier rausgehen. So. Das Schiff ist nämlich also die alten Schiffe aus Fishing Barren Sea, die man hier freischalten und dann auch spielen kann. Die sind nicht so wahnsinnig detailliert. Das ist aber der absolute Knüller. Gut, die anderen haben vielleicht dann noch diese Scan-Mars-Systeme. Aber jetzt passt auf. Wir müssen jetzt erstmal hier einen... Ähm... Eine Reuse nehmen. So. Und jetzt muss das Ganze nach vorne gebracht werden. Auf diesen... Auf diese Ablage. Ich glaube so, genau. Und dann kann das erstmal abgelassen werden. So. Später kann das natürlich auch alles vollautomatisch die Crew übernehmen. Aber ich dachte mir, bevor das jetzt alles die Crew macht, schaue ich mir das selbst erstmal an. Und prüfe erstmal, ob alles funktioniert. Wäre ärgerlich, wenn nicht. So, dann machen wir die Tür erstmal hier wieder zu. Nicht, dass wir hier Land unter haben. Und dann geht's runter. Allein, dass man... Man kann hier auch in die... Koje hier, glaube ich, rein. Oder ist das... Ich glaube, das ist ein Stockwerk höher. Muss ich mal kurz zeigen. Boah. Also, hier im Spiel wird man wirklich sehkrank. Was war das hier? Ne, dann war es doch unten. Muss ja gleich mal schauen. Meine, das war hier. Ah ja, hier kann man rein. Wahnsinn. Selbst das ist möglich. Bringt einem zwar nichts, aber... Cool ist es trotzdem. So, jetzt müssen wir erstmal einen Köder holen. Das funktioniert wie gewohnt. Später braucht man dann auch diesen Sortiertisch hier und so. Der absolute Wahnsinn. Wir können ja mal kurz in den Kühlschrank gehen und dann nochmal einen Köder hier nachfüttern. Zack. Äh, ach ne. Das kommt zurück. So. Und dann einmal wird das Ganze hier... Da fehlt irgendwie noch so ein Geräusch. Wird das Ganze hier... Klein gemacht. Dann starten wir... Die Räuse mit einem Köder aus. Und dann... Raus damit. So. Tada. Und damit ist das Ganze ausgebracht. Und muss jetzt 18 bis 20 Stunden ungefähr optimalerweise... Also, wenn man es nicht hinbekommt, ist es natürlich schlecht, aber... Dann kann man auch nach 22 Stunden sicherlich hier die Räuse rausholen. Aber optimalerweise sollten die jetzt so 18 Stunden drin bleiben. Und das ist doch wirklich krass gemacht. Also, man kann hier sogar nach oben gehen. Kann man hier auch nochmal nach oben gehen. Na, das geht dann nicht mehr. Aber da kann man hier von vorne das Ganze auch nochmal die ganze Lage beobachten. Und sich einen Überblick über alles verschaffen. Gut. Aber, das ist natürlich alles nicht die Aufgabe des Käptens hier. Deswegen gehen wir wieder nach oben. Das schwankt wirklich so dermaßen. Ha. Fürchterlich. So. Dann machen wir die wieder zu. Und dann geht es einmal nach oben hinters Steuer. Dann werden wir die Crew anrufen. Einmal schnell wecken. Und dann geht es auch schon los, das große Abenteuer. Äh. Und dann bin ich gespannt, was wir am Ende mit nach Hause nehmen werden. So. So. Also. Zum Beispiel hier mit den Reusen hinzufahren. Weil ich das Gefühl hatte, dass sowohl in Küstennähe als auch jetzt hier in tieferen Gewässern. Wobei das hier ja nicht so tief ist, aber sowohl in Küstennähe als auch weiter draußen kann man durchaus Krabben fischen. Mh. 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 Müssen wir grad gucken. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch den Kran So, jetzt wird das Ganze gestartet. Ich glaube, man musste erstmal nochmal hier, Reusen vorbereiten, drücken. Genau. Und dann geht's auch schon los von der Crew und dann wird das Ganze jetzt vollautomatisch ausgeworfen. Ich werde mal so in dem Tempo weiterfahren, sodass wir das möglichst flott nacheinander ablegen können. Eine Reusen nach der anderen. Zack, da geht's raus. Und das macht die Crew auch ganz hervorragend. Es ist wichtig, dass man das umschalten kann, weil später muss der Kran die Reusen von dem Haken auf diesen Tisch legen, damit man die dann auswerfen kann. Das werden wir uns aber noch anschauen. Dazu also später mehr. So. Ein bisschen mehr Gas muss ich geben. Die sind doch recht schnell. Die Crew ist mittlerweile eingespielt. Man kann allerdings nicht so wahnsinnig viele Leute mitnehmen. Also, äh, nach fünf ist Schluss. Mehr ist hier nicht möglich. Einer kann schon mal kochen für die anderen. Und reparieren muss man, glaube ich, im Moment nichts. So. Und dann geht's hier los. Ach! Was ein Spektakel. Ich weiß nicht, wie viel Geld das in der Realität gibt, aber wie gesagt, im Spiel das muss man sich gut durchrechnen. Man geht jetzt nicht mit Verlust raus. Wobei, kann man auch übrigens. Aber, ähm, wenn man, also, wenn man einigermaßen geschickt sich einstellt, dann geht man natürlich schon mit Gewinn raus. Aber es ist jetzt nicht so wie in der letzten Folge, wo wir 1,5 Millionen Dollar mit nach Hause gebracht haben. Das ist dann, äh, hier, glaube ich, nicht so möglich. So. Das ganze Deck wird hier auch überflutet. Oh! Und es ist, äh, es sieht genauso aus wie ein Schiff, was ich bei Fang des Lebens gesehen habe. Was mich gewundert hat. Also auch mit so einem, so einem Holz Deck. Was mich gewundert hat. Aber schick ist es auf jeden Fall. Und Spaß macht's auch, damit zu fahren. Brauchen wir hier noch irgendwie Licht? Wir könnten natürlich auch ein, ich glaube, ich mach mal den Autopilot rein. So. Und dann, wenn ich das mal ein bisschen höher einstellen, wie viele Knoten fahren wir aktuell? Das scheint ja eine ganz gute Geschwindigkeit zu sein. Um effektiv zu arbeiten, holen wir hier unsere Knotenzahl. Sieben. Okay. Vielleicht noch ein bisschen mehr acht Knoten. Also wenn's das Schiff schafft, dann fahren wir auch gerne acht Knoten. Dann geh ich mal hier vom Gas runter und dann soll das Schiff mal das Steuer übernehmen. So, Leute. Die Crew ist nach wie vor damit beschäftigt, hier die Reusen auszubringen. Aber die See ist so stürmisch mittlerweile. Man kann hier kaum noch arbeiten. Und jetzt ist hier auch noch der Köder leer gegangen. Und ich muss mal kurz gucken. Ah, hier haben wir noch was. Das heißt, ich muss das mal schnell hier in die Maschine tun. Und dann mache ich direkt noch ein bisschen mehr, sodass die nämlich Köder nachlegen können. Aktuell scheint das nämlich hier irgendwie ins Stocken geraten zu sein. Und ich muss gerade mal schnell herausfinden, woran das wohl liegt. So. Ah ja. Jetzt geht es hier, glaube ich, weiter. Ja. Okay. Dann war das auf Sicht. Oh. Oh. Jetzt ist der ganze Kühlschrank hier kaputt. Großes Kino. Kann ich hier noch was reintun? Ne. Okay. Dann tue ich das zurück. So. Und dann werden weiter die Reusen ausgebracht. Das wird jetzt auch noch ein bisschen dauern. Wir können uns gleich... Oh. Wir können uns gleich mal hier die Karte angucken. Türen immer schließen, ne? Boah, hier kann man ja nicht mehr arbeiten. Ist ja lebensgefährlich. Leute, zieht euch Schwimmbesten an. Alter. Also viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich mal... Jetzt mal schnell... Wo keine Welle ist. Äh, dass ich mal... ...im Winter spiele, wo es ein bisschen stürmischer ist. Man braucht gar nicht im Winter zu spielen. Diese Herbst- und Frühlingsstürme, die scheinen hier schon auszureichen. So. Jetzt sehen wir hier auf der Karte gerade mal kurz, ähm, wie es aktuell aussieht. Also, auf dem Sonar sind immer noch die Schneekraben zu sehen. Und wir haben jetzt 37 Reusen ausgebracht, von 50 insgesamt. Und ich glaube, sobald wir mit dem Ausbring fertig sind, brauchen wir gar nicht mehr warten, sondern können die direkt, ähm, wieder nutzen. Die sind natürlich jetzt sehr nah beieinander ausgebracht. Ich weiß nicht, ob man das in der Realität so machen darf. ich hab da Zweifel dran, sagen wir es mal so. Ähm, kennen da allerdings die Regularien nicht und in den ganzen Dokumentationen, die es da gibt, ist es ja auch nicht so ganz klar, wie weit die jetzt tatsächlich entfernt sind, weil das ja dann immer zusammengeschnitten. Insofern, keine Ahnung, äh, erklärt's mir gerne, aber ich dachte mir, ich nehme einfach, oder ich nutze einfach jetzt diese etwas tieferen Stellen, ähm, in der Hoffnung, dass wir hier möglichst viele Graben mitnehmen und bringe hier eben fast alle Häusen aus. Und, wenn wir uns jetzt gerade mal schnell anschauen, die sind jetzt drei Stunden drin. Ich würde vorschlagen, ich mach das jetzt einfach, ich lasse die jetzt einfach mal weitermachen hier und lasse das weiter auf acht Knoten. Das ist zwar relativ flott, aber, ähm, ja, was soll's. So, und ich lasse die jetzt einfach mal weitermachen hier auf der Scarlet und dann sehen wir uns gleich zum Einholen der ersten Räuse wieder. Das heißt, ich werde gleich auch, ähm, den Anker auswerfen und dann noch ein paar Stunden pausieren. Also ich nehme an, wir brauchen jetzt noch so in game ein, zwei Stunden, ähm, und dann müssen wir noch, ach, 17, 18 Stunden, äh, ja, 12 Stunden ungefähr, 13 Stunden vielleicht, ähm, dann eben hier irgendwo runterkommen. Kann sich die Crew erstmal wieder aufwärmen. Ich hab ein bisschen Sorge, dass die gleich schlapp machen, aber bislang halten sie es noch durch. Mittlerweile ist der nächste Tag angebrochen und ich hab ehrlicherweise auch schon so gut wie alle Reusen wieder eingeholt. Ich konnt's euch leider nicht im Zeitraffer zeigen, weil, äh, das Spiel hängt sich immer mal wieder auf. Das ist ein bisschen ärgerlich. Guck mal hier gerade nochmal, ah, auch hier, das gleiche Desaster wie bei den anderen Reusen. Ich kann euch also gar nicht zeigen, wie man das Ganze hier einholt. Ähm, das Spiel hängt sich immer mal wieder auf, äh, das heißt, der Kran ist dann nicht mehr zu bewegen. und ihr seht jetzt von 55, aus 55 Reusen, die ich hier ausgebracht habe, sind gerade mal 1,7 Tonnen Krabben rausgekommen. Das ist ein schlechter Witz. Das ist, das ist eine Katastrophe. Ich, äh, hatte mit wesentlich mehr gerechnet und hatte mir auch Mühe gegeben und ich meine, im Sonar sieht das ja auch ganz gut aus. Also hier sehen wir es gerade nochmal. In 177 Meter Tiefe, äh, alles voller Krabben, aber irgendwie wollten sie nicht in unsere Reusen. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Extrem ärgerlich. Vielleicht liegt's an der Menge der Reusen, die ich hier auf, äh, relativ engem Raum ausgebracht habe, weil so wahnsinnig viel Platz ist hier nicht. ähm, zum Ausbringen. Also, die Krabben konzentrieren sich doch auf einen recht engen Fleck. Vielleicht liegt's auch an der Jahreszeit, vielleicht an den Wellen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte es offensichtlich nicht sein. Ich bin sehr enttäuscht, ihr vermutlich auch, aber ich meine, was soll ich machen? Ich konnte euch jetzt nicht mehr das Einholen zeigen, äh, was nochmal ziemlich cool ist. Denn, um es kurz zu erklären, ich kann ja mal den Autopilot reinmachen. Äh, ach, bevor wir das machen, gucke ich vielleicht erst mal, wer hier, also Schneekrabben, hier gibt's zwölf, 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 hier gibt's nur elf, und hier wieder zwölf. Okay, es ist im Prinzip egal, dann, solange wir nicht den Hafen anfahren, gucken wir mal gerade, wer hier am nächsten ist. Ja, mal auf. Okay, dann wird's wohl der. Dann stellen wir den Autopilot mal ein. Und werden das auch hier checken. So. Okay. Und dann Vollgas. Volle Fahrt voraus in Richtung Hafen. So, dann kann ich euch nochmal gerade kurz zeigen, wie das jetzt hier funktioniert und worauf man achten muss. So. Ich nehme ehrlich gesagt aber an, dass es an der Jahreszeit liegt. Denn, ich konnte auch in keinem der örtlichen Häfen konnte ich hier irgendwie Tipps kaufen. Ich weiß nicht, ob man das grundsätzlich nicht kann, oder ob das jetzt irgendwie, wie von mir vermutet, an der Jahreszeit liegt. Aber es war natürlich sehr ärgerlich, weil man sich dann aufs Sonar verlassen muss, oder auf den Echolot. Und da, also die Tipps sind doch immer im Spiel ein bisschen zuverlässiger. Ja, man muss da so seine, seine Punkte kennen. Wie auch immer, wenn die Reusen hier eingeholt werden, dann werden die erstmal hier an den Haken gehängt. Dann kommt der Kran. Mit dem zieht man das Ganze dann hier drauf. Dann kann man diesen Tisch hier hier hin tun. Dann wird das Ganze gekippt. Die Krabben werden hier drauf geladen. Und, dann wird das einmal zurückgetan. Und dann wird hier vorne sortiert. Die kleinen, ich glaube die Weibchen müssen alle raus. und die kleinen Krabben gehen alle wieder zurück ins Meer. Und die großen werden eingelagert und können dann später in den Häfen verdickt werden. Und der Kran sortiert die ganzen Reusen dann hier auf dem Deck, so dass man immer noch ein bisschen Platz hat zum Laufen. Aber wesentlich mehr Platz hat man natürlich, wenn die alle ausgebracht sind. und da werden wir von den örtlichen Fischern verlacht. Zurecht, muss ich sagen. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt hier für den Sprit reicht, den wir hier verbraten haben. Nach diesem Fang werden wir auch alle Crew... Guck mal, alles voll hier. Alles voll. Na gut, hier ist vor allen Dingen dann Hummer. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich mal zum Hummer rausfahren. Da mache ich mir aktuell mehr Hoffnungen. Hier ist ja alles voll, das muss ich mir mal auf der Karte markieren. Das ist ja großartig, hör mal. Aber hier auch wieder Krabben. Alles voll. Ah, wie ärgerlich. Naja, gut. Dann nutzen wir mal die Schnellreisefunktion, damit wir jetzt nochmal ankommen. Ich meine, die Folge ist ja lang genug. Und bis zu dem Zeitpunkt wo ich die Häusen eingeholt habe, war ich auch frohen Mutes, selbst als ich die eingeholt habe. Es war jetzt nicht alle katastrophal, aber selbst als ich die eingeholt habe, war ich noch relativ frohen Mutes, aber irgendwann, als man dann viele ohne Fischbestände hatte, wurde mir dann Angst und Bange um den Ertrag. Das kann's wirklich nicht sein. so, dann hornen wir mal nochmal sauber zur Ankunft zur Freude der Anwohner und dann versuche ich jetzt mal möglichst nah an das Dock da vorne ranzufahren und dann alles zu verticken. Es hilft ja nix. Immerhin, die Crew kann sich jetzt ausruhen, wir müssen hier nichts einfrieren oder sonst irgendwie lagern oder stapeln, dass es alles schon passiert. dann liegen wir hier an. Ich habe gesehen, bei den großen Langleinbooten gibt es unter Deck eine vollautomatische Industrie, eine Abfertigungshalle, wo den Fischen die Innereien entnommen werden, wo alles schon vorbereitet wird, Fischköpfe und sowas, alles wird sortiert, alles wird vorbereitet, Fischmehl wird auch hergestellt und all das kann dann im Hafen nur noch ausgeladen werden. Das heißt, alle industriellen Schritte, die so am Anfang notwendig sind, werden schon an Bord erledigt. Da war ich sehr beeindruckt von, dass das so geht. Das hätte ich nicht gedacht. So, Fisch an Bord, ja, das möchte ich verkaufen. Oh, und dann auch noch eine, oh, nee. das darf nicht wahr sein. Das darf wirklich nicht wahr sein. Ich meine, wir haben ja keine Wahl. Gucken wir mal gerade, was die Wartung sagt. Wir haben 28.000, immerhin, immerhin. Das wird in der Regel, ich glaube, zu einem Drittel dann unter der Crew aufgeteilt. Das heißt, ja, das ist nicht wirklich viel, was sie hier verdient haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es später im Jahr noch mal ein bisschen besser ist. Deswegen würde ich vorschlagen, ich weiß nicht, ob das jetzt das größte Krabbenboot ist, das größte Krabbenschiff, aber ich würde vorschlagen, wir fahren, wenn es noch ein anderes gibt, später noch mal raus und versuchen es etwas weiter so Richtung Sommer, also vielleicht im Mai oder im Juni oder so, denn ich glaube bis August oder September kann man hier wohl die Krabben fischen. Und wer weiß, vielleicht ist es dann ein bisschen ertragreicher. Ich habe es jetzt direkt zu Beginn der Saison gemacht. Wir haben aktuell den 9.4. Vielleicht war das zu früh, vielleicht waren sie zu dicht beieinander ausgebracht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das kein guter Deal, kein guter Fang. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann entweder um Hummer oder um weitere Misch, Fischerei sozusagen kümmern, also um große Kodäe, mit denen wir dann unterschiedliche Fischarten fischen werden. Tja, wenn es euch trotzdem ein bisschen gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, was habe ich falsch gemacht, was hätte man anders machen sollen, lasst es mich gern unten wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!